Willkommen zur nächsten Partie! Wir sind in Bremen und die Aufsteiger aus Nürnberg sind zu Gast. Die hatten ja eine Niederlage zum Auftakt und dann am vergangenen Wochenende einen schönen Erfolg 5 zu 0 gegen Mainz. Und so steht man jetzt mittlerweile im Mittelfeld. Und man weiß ja der andere Aufsteiger, Düsseldorf, die noch ohne Pünktchen nach drei spielen. Also da kann man sich in Nürnberg auf jeden Fall freuen. Bei Bremen Ischak und bei Bremen Junuzovic bereits dreimal erfolgreich. Also auf die beiden werden wir heute genau achten. Werder Bremen 1 zu 1 gegen Hannover und danach folgt ein 5 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Also auch ziemlich ähnlich wie die Nürnberger. Im Übrigen, nach dem dritten Spieltag in der letzten Saison hatte man ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden. Wenn man das wieder schaffen will, muss man heute verlieren. Aber ich glaube nicht, dass Werder Bremen das Ganze anstrebt. Mit Mucke, schauen wir mal darauf, ist es allerdings nicht so leicht gewesen. Mucke hat im vergangenen Jahr 17 Mal Werder Bremen gespielt, allerdings nur dreimal gewonnen. Das ist eher wenig. So, die Software sagt, Mucke gewinnt 2 zu 1 mit Bremen. Und ihr tippt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann boxt ein R davor für die reale Partie und dann das Ergebnis. Und ein F davor für das FIFA-Match und dann das Ergebnis. Los geht's! Mucke hat es mit Werder Bremen Anstoß. Und direkt mal verkackt. Ja. Oh, der ist ein bisschen ungenau. Bremen mit Druck. Aber nach dem letzten Sieg müsste Nürnberg eigentlich auch in der ersten Liga angekommen sein. Nicht so wie Düsseldorf. Oh, Kirschbaum! Gut, dass der Jascha nicht pfeift. Ja. Da liegen gleich zwei. Die haben schon kein Bock mehr. Nee. Die wollen in die Winterpause. Oh, jetzt schon? Ja, ja. Das ist noch ein bisschen hin. Schön, ein bisschen weit nach außen! Ah, da muss Werner eigentlich nachsetzen. Ja. Das kann mal für mich eine Karte geben. Es kann. Ja. Schön. Umgesetzt. Aber alles sauber. jetzt gibt es den freistoß und die gelbe karte ist das meine erste an diesem wochenende doch die zweite weil ich ja bisher sehr brutal drauf bist du denn beknackt eh der ball ist direkt vor dir das gibt eine ecke gute ecke aber fliegt rüber wir konnten verlängern da ist er durch kirschbaum die gefährlichste aktion bisher in dieser partie hätte rein gemusst komm nürnberg macht gut druck dann schicken wir den ball wieder so her das ist dann ärgerlich deine letzte saison ein das war eine katastrophe jeder einwurf weg er ist vorbei ich bin abgerutscht aber bremen bisher deutlich besser wir haben noch nicht einmal aufgeschossen glaube ich doch war da ein einmal hat der keeper gehalten wo ich meinte dass wir danach setzen sollte ein schuss gab es tatsächlich von den gästen da muss er früher rauf da ist die führung für bremen herrlich ich führe 1-0 für den gastgeber ja bei den karten auf jeden fall ja ungenau ich glaube ich gehe wieder in führung gut zugestellt ausgleich abseits so jetzt jetzt also es müsste drei karten geben 44 sogar 22 würde ich sagen ja genau am ende 22 das auf jeden fall also ich glaube das brutalste match bisher in dieser saison ich glaube der gab ja wohl kann sagen heute wird sie jetzt auch mal nichts geschenkt ne okay guter pass guter block jetzt die riesenschance für nürnberg aber ich glaube ich habe mich darauf geachtet aber es hätte eigentlich für uns beide jeweils zwei geben müssen da waren schon sehr brutale aktion dabei abseits ach schade schade auch ein bisschen ungenau mein gott jetzt kommt doch mal dran ah gut geblockt das war wichtig 1-1 so jetzt schauen wir mal wirklich auf die karten ich habe 1-1 1-1 gibt es nicht nur ich habe gelb gekriegt du hast gar keine gekriegt ne also es hätte es hätte hier bei den karten 2-2 stehen müssen also da waren noch zwei andere brutale aktionen ihr habt es ja selber gesehen passgenauigkeit wir beide unter 90% mucke mit mehr möglichkeiten und mehr ballbesitz die Untertitelung. BR 2018 Los geht's. Yep. Second half. Oh, ich kann Englisch. Allah! Schwacher Abschluss. Oh, 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 oh. Das darf nicht sein. Oh, das hätte man nicht gepfiffen. Ja, das kann halt... Jascha hätte das gepfiffen. Ja, das stimmt wohl. Möwald! Traumtor! Ja! Frisch reingekommen. Oh, scheiße. Leben. Da war der Shiri im Weg, ja. Gut gestört. Na komm, Alter, das gibt's doch nicht. Ey, der bleibt ja stehen. Oh, Mann. 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 Oh, gute Ecke. Anstatt, dass der andere hilft, ne? Schwein gehabt. Guter Einsatz. Ja! Ah! Aber Zweikampfverhalten von Nürnberg ist echt gut. Komm! Oh, ich trüppel. Entgegen gehen. Also das kapiere ich nicht. Geht keiner entgegen dann. Weiter! Jetzt die Chance. Jetzt die Chance. Kommt noch an! Und er ist drin! Hat das gezogen? Und ich habe Toten. Ey! Aber ich muss auch sagen, ich spiele mit Nürnberg sehr aggressiv. Das ist eigentlich gar nicht so mein Stil. Aber natürlich als Aufsteiger musst du halt auch den Kampf annehmen. Und... Oh! Schön vom Stürmer hier mitgemacht. Oh, verdammt der Mist Riesenchance hier noch eine Obra aufzupacken Das war wieder gut gespielt Und auch da hätte es klingeln müssen Verdammt der Mist Alter, wie fest soll ich die Knopf denn noch drücken? Und hier hat man wieder gesehen Er geht nicht entgegen Das ist echt bitter Bartels auch tot Ja, also die Zweikämpfe Richtig gut von Nürnberg in der Partie Und jetzt ist er drin Nürnberg Der rät die Partie Und im zweiten Durchgang Sah das dann auch richtig gut aus Also der nächste Sieg für den Aufsteiger Und Bremen hat es jetzt geschafft So wie in der letzten Saison zu starten Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage So, ein Match haben wir noch Freiburg gegen Stuttgart Hier von den Statistiken her Mucke mehr Ballbesitz Ich mit mehr Schüssen Passgenauigkeit Bin ich auch besser Also alle detaillierten Statistiken Findet ihr auf Ultimate-Kicker.de Klickt da auf den Spieltag Auf dieses Match Dann habt ihr nochmal Den Live-Ticker Die Einzelspiel-Analyse Und viele, viele interessante Daten Und dann sehen wir uns in Freiburg Zum letzten Match hier an diesem Wochenende Tschüss Tschüss